Hallihallo ihr erotischen kleinen Leute da draußen. Willkommen zurück zu Borderlands 3 im dritten DLC, dritten DLC. Wir spielen schon das dritte DLC. Ah klar. Sollen wir uns nicht dahinten hin porten und dann dahin, weil wir sind voll weit weg. Wo müssen wir denn hin? Ach da. Ich porte mich. Wo portest du dich denn hin? Zu dem letzten Punkt hinten in der Ecke. Das ist viel näher. Die Schnellreisestation dahinten. Ja. Wir sind auf dem Weg. Komm schon du Schnecke. Wo müssen wir denn hin? Ich bin total irritierungslos. Ach da lang. Genau, irgendwie so da. Das ist mir viel zu weit, ey. Mit dir ist aber auch nicht gut Kirschen essen mehr, ne? Also, ist mir zu weit, ist mir zu warm, ist mir zu laufig, ist mir zu feurig. Hier wird geschossen. Ja, ich bin halt verwöhnt. Guck mal, Jesus. Oh, die Dolle. Oh, ich habe mich festgefunden. Oh, der hat sich Knöchel verletzt. Oh, der hat sich Knöchel verletzt. Was? Hey du, ich brauche Hilfe. Ey, der braucht unsere Hilfe. Ja komm. Ja, mach doch mal. Wirst du ich? Ja, auch nicht. Sprich ihn doch mal an, du bist doch. Ich muss das mal annehmen. Was siehst du Hina? Ich wusste, dass mir ein gutherziger Revolverheld aufhält. Schön, dass du vorgelesen hast. Oh. Oh. Mein Knöchel braucht nur einen Schuss von Doc Stanleys Wunderelixier. Da ist noch welches im Schub. Hol es mir doch bitte. Lass ihn leiden, Revolverheld. Mein dämlicher Ehemann ist süchtig nach dem Wunderelixier von Stanley, dem Scharlatan. Genauso gut könnte er unser Geld ins Scheißhaus werfen. Das ist auch eine Option. Doc Stanley ist ein guter Mann. Er könnte tausende verdienen, aber er nimmt nur hunderte. Ein Schnäppchen für die Gesundheit. Den verdammten Werbespruch hat Doc Stanley selbst erfunden. Du hypnotisierter Horn-Ochse. Achso, warte, ich muss mal um die Quest ändern. Äh. Äh. Wie war denn da? Tab? Ne. Das war geil. Äh. Hä? Schnellreise? Achso, da sind Schnellreise-Quests da. Warte, da leuchtet was. Was ist das? Wo bist du denn? Achso, das sind die Sprungdinger. Wollen wir nur gucken, was das ist. Das ist so ein Sprungding. Machen wir doch mal hier. Hier. Hier? Hier ist das Wundermittel? Ne, da. Ich dachte gerade, das ist ein Scheißhaus. Dann machen wir gleich. Erst das Wundermittel. Erst das Wunder, dann das Mittel. Äh, dann das Scheißen. Okay. Okay, ich hab's. Halsschmerzen. Stechen. Verstauchungen. Mundgeruch. Skellöse. Pfeiferisches Drüsenfieber. Tollwut. Und Verstopfung. Im Falle einer Schwangerschaft oder bei Schwangerschaftswunsch nicht verwenden. Doc Stanleys authentisches Wunderelixier. Glaubt irgendjemand diesen Schwachsinn? Nein. Das ist es. Bring es mir. Und danke vielmals. So, Scheißhaus öffnen. Ich bezahl dich für deine Mühen. Aber gib mir erst das Heilmittel, das ich so dringend brauche. Oh, hier sind noch Spinte. Uni-Kisten. Hier. Sollen wir mal da drin gucken? No. Ach so, da war ja genau die Hüpfdinger. Hier ist nix. Ich möchte erst wissen, was hier in der Hütte ist. Wir gehen hier erst mal gucken. Eine Kiste, die Jagd belohnt uns. Wo denn? Da, wo mein Hund steht. Genau, und dann... Pfeil daneben. Und dann... Oh, Hund! Ist mein Hund in Ruhe. Was geht? Warte, ich geh nochmal. Du kannst da nicht drauf stehen bleiben. Ja. Und dann die Leiter hier hoch. Vorsicht, halt dich fest, ne? Nee, ich lass los. Na, du kriegst sofort das Wundermittel. Wir müssen erst mal gucken. Hör, Alter! Mein Hund hat mich voll erschreckt. Sind das arme Leute, oder was? Hier ist ein Ecolog. Ah ja, gut. Warte. Ein Sturmreiter auf... Äh, ein Sturmreiter auf die Stadt zu. Ach, du hättest das, glaub ich, damit ich das hörst. Nö, ich hörst. Okay. Wir haben dich umzingelt. Tötet mich nicht. Ich bin hier, um euch zu warnen. Knall sie ab, Kato! Wir können ihr nicht trauen! Hallo? Die Waffen runter, Tomodachis! Der Sheriff soll sich um die Autosreiterin kümmern. Noch eins? Ihr wollt. Seid weiter wachsam. Ihr habt einen Verräter in euren Rhein. Die Stadt ist in Gefahr. Sie werden im Morgengrauen kommen und wie der Untergang reiten. Macht euch besser bereit. Soll ich das nächste? Ja, mach mal ruhig. Oh, guck mal hier die Bilder. Ach, der Klunker nutzt dich blind! Hab ein Teufel dich gewissen! Schlepp dich nicht zum feinen Arzt in der Stadt! Probier mein Elixier! Dann wird es dir bald besser gehen! Dark Stamys Wunderelixier! Jetzt erhält dich! Okay. Mal. Willst du ihm die Spritze setzen, oder? Ja, komm! Setz dir mal die Spritze! Komm, hau rein! Wohlbefinden! Ich komme! Ih, da wird hier drin hängen! Ih! 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 Siehst du, Hina? So gut wie neu! Ey, du hast die Spritze da noch hängen, Junge! Moment, was! Oh nein! Ahaha! Eli! Nein! Verdammt! Unfassbar, dass ich schon wieder einen Ehemann verloren habe! Schon wieder einen? Ich hab dem Trottel ja gesagt, dass das Elixier nichts taugt! Aber Blödheit ist nicht heilbar! Ja! Er ist grad erst gestorben! Aber Fakt ist Fakt! Verdammter Doc Stanley! Wir müssen seinen Betrieb einstampfen, bevor noch jemand durch spontane Verbrennung zur Witter kommt! Gerade mal, was wir machen sollen! Zuerst nehmen wir seine Rohstoffe aufs Korn! Jawohl! Mithilfe einer Pumpensonde gewinnt er flüssige Klunker für seine Elixier-Rappinerie! Wie wär's, wenn du sie ausschalten würdest! Wo ist die denn? So zog der Kammerjäger los, um Doc Stanleys gesamten Betrieb zu sabotieren! Zogen wir? Okay, was denn? Wo ist denn der Idiot? Äh, der ist, äh, nach unten! Ne, soll er nicht! Achso, Moment! So, weiter geht's! Sorry, sorry, sorry! So! Und, äh... Achso, warte mal! Sabotieren! Haben wir das jetzt ausgewählt? Automatisch? Ah, hast du etwas für mich gefunden? Da! Ich habe ausgewählt, ja! Irgendeinen, irgendeinen Gegner habe ich hier! Alter, warte mal! Es ist Zeit zu kämpfen! Taschenrecks! Ey, hör doch mal auf mich zu schießen! Aber, das geht gar nicht! Das geht ja mal gar nicht! Wer schießt denn da mit seiner Liebesknarre? Ich? Äh, bist du alle tot? Ja, ich war! Doch, doch! Ach, du bist da unten! Ach, du bist da unten! Wann bist du denn da unten? Wenn es einfacher geht! Die sneakier! Die Verwesung steht hier! Oh! 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 Du bist da unten. Obwohl der Untergang näher war! Ähm, wäre gut, ein Auto sehe ich gerade in der Nähe. Ja, da laufen wir erstmal ein gutes Stück. Aber gut, wir müssen die Map ja auch ein bisschen auftecken. Das muss ja auch sein. ich werde noch ein bisschen was finden so wie man die kästen und das berater ach so schreibe ich muss nachladen ich habe eine nachricht von jacob wo kommen wir denn dahin scheiße da hinten hinzukommen klar müssen wir hier werden auch die passage werden auch oben da wo ich bin zum beispiel kommen wir lang wenn da lang wo du bist warte ich komme rüber ich komme noch habe ich gerade gesagt dass sie nicht tun ob manche hier durch die höhle müssen deswegen komme ich ja gut zurück das ist die richtige einsteller aber ich werde angegriffen schaffte naja sicher das ist noch ein zweiter aber sicher achso der ist schon tot der hat mitgekriegt doch ich ich kopf komm ich nach du holt euch dir auf ja die waffe macht so viel wo ist sie bummst die bummst so gut m der Kamerjäger wusste nicht wozu das Ding gut war und er sollte es herausfinden er hat uns heute wieder nach oben so und wieder ab nach oben aber es ist ja ein bisschen tolles vor sich festgebracht wenn es steht ja bei mir auch da steht er voll ja also da habe ich ganz ehrlich drauf geballert und war mich am wundern ja da waren die 3er schulde war ich ich bin nicht auf dich geschossen du hast mich aber getroffen und auch immun auch immun immun kommen wir da noch nicht durch nicht nur aus ja dann müssen wir glaube ich vor anderen seiten oder kommen wir hier durch dann gehen wir da oben rum da war ich ja doch richtig aber gut da haben wir mal gesehen und ausgedeckt ja ja normalerweise ja naja normalerweise ey guck mal ein scheiß Haus musstest du nicht gerade noch aufs Klo ja ich komm nie nie ist fast sauer nur dreimal drauf geschissen gehst du so jetzt nicht mehr wo muss man jetzt weiter hin also das eigentlich gar nicht mehr genau mann sexy geiles in der in einer und dies dann dies muss wenn auch ich überhaupt richtig ja ne obenrum obenrum hier müssen wir langen ja gut glaub ich sieht so aus ja hier weiß ich ist richtig naja seh ich auch so das seh ich so Trumpfnase aber wir haben ja noch ein paar Kräste die wir holen müssen naja eben schön auch die Nebenquests die wollen wir ja auch mitmachen so ergibt Sinn dass sich ein Schurke wie Doc Stanley mit den Teufelsreitern zusammentut bestimmt kriegen die auch ihren Anteil Doc Stanley nutzt schon zu lange dämliche Leute die meinen verstorbenen Ehemann aus machen wir an der Pumpensonde Druck ok hier sehen wir noch keinen da von daher ist noch ein bisschen doof ich würde nämlich auf das Fass schießen ich würde nämlich auf das Fass schießen kommt da noch einer der nur jetzt auf das Fass schießt ne jetzt hab ich noch selber drauf geschossen ich glaub zu früh ich bin eingefroren warum ich hab festgepackt die wir nicht so die hauen auch voll geil ab, das ist schon mega also mein hund, ich schieße auf meinen eigenen hund, das ist nicht so gut du bist Beute, dieses Ende war dein Schicksal das aufregende Gefühl der Jagd 51.000, nehm mal mit nehm ich mit ach so, ich bin in Rage-Modus, nehm ich nicht mit oh, ich hab mir irgendwas gedreht, ich weiß nicht, ob das gut war ah, hier, jetzt bist du der Kammerjäger gab sich nicht damit zufrieden, nur ein paar Sonden hoch zu jagen er machte das naheliegende und zerstörte einfach alles an diesem Ort ja, haben wir ja verstanden ah, jetzt füge ich hier nochmal durch ich, ich ich ja Liebe Liebe nochmal ah, fuck Aua Ich auch fuck Oh, das war ein Hund. Das war ein Hund schießen ist blöd. Das ist ja irgendwo ein Badass. Jetzt nicht mehr. Da war ein Badass. Ich habe erhöhte Geschwindigkeit. Na, bewegen. Ich bin voll. Schon wieder? Ich bin voll. 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 so höhöhö bumm lauft ihr Schwächlinge da muss man anhalten Taschenrecks ist hier irgendwann zu verbrauchen Tachchen Freunde Lass dich von der Jagd mitreißen Jetzt geht's los Desperados Desperados Au ich bin elektrisiert Da war ich auch gerade Gut gemacht Da muss man ein Desperado Schließ besser die Augen Da 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 Der Schnellste R Drücker auf dem Horizont Da 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 Müssen wir nachher mal zu verkaufen Das ist bestimmt die diese sehr guten die ich mal hatte die wirklich Mal sie an brauchen wir dann ja nicht anbieten ja gar nicht schlimm hier mag ich habe das natürlich die fähig ich einfach ganze zeit am luden und am schuten und sagt gar nicht bescheuert so ist nur hier was war das habe ich gedrückt die ölpumpe ach ich mache mal das sollte reichen das war ja klar das ist nur aufzunehmen 2 er sagt auch der und so wird sind bis zur Raffinerie wo ist denn die Raffinerie warum ist sie denn so weit weg das kann doch gar nicht möglich sein ja genau das habe ich jetzt auch gerade so gedacht so dass man abrücken wir müssen so raffen und raffern der regierung geschmeckt kreischt herr das ist sich jemanden dahin zu schicken das nix nein warum ich habe irgendwie so das gefühl dass wir gleich überfallen werden aber nicht nur du sie kommen doch gleich aus allen ecken la 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 haben wir uns im fokus ne doch stanley produzierte sein wunderelixier mit alter raffinerie ausrüstung der kompanie aber sein betrieb war nicht gerade raffiniert jetzt bekämpfen wir mit seinem eigenen verdammten wir haben glück da sind zwei reiter hier ist ein verkaufsattomat ich oh schnell untersuchen was hab ich denn jetzt aus dem level ab skill punkte ausgeben ja ich habe kugeln mit deinem Namen drauf im Moment so war das nicht gemeint so x war alles schock verkaufen genau level 58 juhu ich könnte auch mal ein paar schüler direkt verkaufen ne wir müssen eh hier rein schüler jaja hier gibt es kein schwitzen sondern spritzen doktorsitz mobile klinik das klingt irgendwie eklig voll beschissene schüler keine rückerstattung macht er denn mal was mit was am bauken zack skill punkte ausgeben und wie ein einfaches angebot so das war keine waffen äh markenspils ah den habe ich ja schon komplett voll hier äh dann gehen wir nochmal ein weide wenn der gegner kein ziel hat wenn der andere ziel angreifen wir erhöhen schon 6 erhöht die kraft vom haustierboni der flecke den fleck erhöht sind sicher schaden das fleck und sein haus der verursacht ist erhöht was wir auch erhöht ja dann schuldig und warum geht dort nicht okay also zwei skills für zack so wir können und wir wollen wir laufen direkt ja dann ich habe kein blut also nehme ich dein und ich bin ein bisschen eingefroren aber ich kann jetzt eh was schneller laufen ich habe ich habe jetzt habe ich nie level up hm? machst du level up? glückwunsch waffe 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 sie sich gut an sie sieht super gut aus waffe 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 die runde gefallen waffe 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 die Trottel anwesend eine goldene wir wollen sehen wird die jetzt eingebracht Kieke mal ja gut aber nicht mehr ein 20.000 Euro das ist aber enttäuschend aber das sind ja welche umsatzte nix hey Mensch, sag doch mal was lass sie deine Wut hören Sturzflug des Todes nach oben schliegert haustier 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 oh ja das ist das ist Hass haustier down alter dieser Geschwindigkeitsboost der ist auch weg der boost ist der booster Duh.